Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lars Wilhelm und ich möchte in diesem Video einfach mal kurz erläutern, warum ich in meinen Reisevideos keine Exif-Daten bzw. Aufnahmedaten einblende. Der Grund ist nicht nur, weil ich zu faul bin, das hat noch ein paar andere Gründe und die möchte ich euch in diesem Video gerne einmal kurz näher bringen, weil da kam schon mal die ein oder andere Frage, warum das denn bei mir nicht da ist und warum das fehlt und ob ich das nicht mal machen kann. Also grundsätzlich meine Meinung dazu ist, eigentlich ist Fotografie und Einstellung relativ einfach. In der Landschaftsfotografie, wir wählen Blende 9, wir nehmen den ISO 100 und wir stellen die Belichtungszeit so ein, dass wir ein sauber belichtetes Foto haben. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und die Daten, so wie ich sie an einer Stelle verwende, kann man eh nie 1 zu 1 übernehmen, weil die Lichtbedingungen an dem Ort immer andere sind. Also es ist nicht so, dass das ein Rezept ist, wo man sich stur dran halten kann und das überall dann anwenden kann an dieser Stelle, sondern das ist sehr variabel. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Grundlagen einmal gelernt und verstanden hat und dann hat das für mich eigentlich kaum eine Daseinsberechtigung. Es gibt Ausnahmefälle, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt mit der Blende arbeitet und zum Beispiel irgendwas Unscharfes im Vordergrund mit drin hat, die Blende besonders weit aufmacht, dann ist man von diesem Standard mehr oder weniger abgewichen. Aber das sind auch so Sachen, die lernt man dann einmal. Dann beschäftigt man sich einmal damit, wie schaffe ich, dass ein Vordergrund unscharf wird und der Hintergrund besonders scharf wird. So, wenn ich das einmal, zweimal, dreimal gemacht habe und gelernt habe, dann sehe ich ein Foto mit dem unscharfen Vordergrund. Alles klar, ich weiß, ich muss die Blende weit aufmachen, dann kriege ich diesen Effekt hin. Für Anfänger, klar, hätte das einen Mehrwert, wenn man das in dem Foto einmal sieht. Aber, ja, es ist halt einfach ein enormer Aufwand, das einzublenden. Das muss man dazu sagen. Ich müsste eine extra Textebene reinpacken, ich müsste jedes Mal bei dem Foto gucken, was habe ich da jetzt für Aufnahmedaten genommen, müsste das da entsprechend reinpacken. Da muss ich mir im schlimmsten Fall, weil ich bei einer Situation jetzt mal die und die Aufnahme genommen habe, noch Meckereien anhören oder nachfragen, wieso hast du jetzt da ISO 200 genommen? Ja, weil ich noch da drin war und das vergessen habe, mehr oder weniger. Das kann dann auch teilweise aus meiner Sicht zur Verwirrung führen. Es gibt noch andere Sondersituationen, wenn wir mit der Belichtungszeit zum Beispiel irgendwie spielen, zum Beispiel bei einem Wasserfall und da das Wasser relativ glatt ziehen, dann, ja, je nach Belichtungszeit wird das mehr oder weniger. Aber das ist auch so eine Sache, da guckt man sich einmal an, wie fotografiert man Wasserfälle, wie kriegt man diesen Effekt hin, wie wirkt sich der Effekt je nachdem aus. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann sieht man ein Foto, verwaschenes Wasser, alles klar, ist länger belichtet worden. Also bringt einen dann auch nicht mehr so sehr weiter. Und die Reisevideos brauchen ja so schon relativ viel Zeit, wie man da dran sitzt. An so einem IS-Anteil 20 Stunden ist da locker drin. Und wenn ich jetzt noch diese Textebene jedes Mal da reinpacke, gucke, welche Einstellungen waren da drin, da kommt nochmal eine Stunde oder anderthalb dazu. Und das sind einfach, wenn ich jetzt 30 Bilder oder so habe, kann man sich ja ausrechnen. Bis ich in die Exif-Daten geguckt habe, die Textebene eingefügt habe, das abgeändert habe, da ist man pro Bild, würde ich sagen, knapp zwei Minuten dran. Bei 30 Bildern in einem Video zum Beispiel ist man dann bei 60 Minuten. So, kommt nochmal oben drauf. Dann hat man eventuell noch irgendwo einen Fehler drin, stellt das hinterher fest, da muss man nochmal nacharbeiten. Also das ist ein Punkt, wo ich einfach abstriche meinen Reisevideos mache, weil ich sage, das bringt euch nicht weiter. Da kann ich euch halt eher echt die Folgen fotografieren mit Lars empfehlen. Da werden jetzt nach und nach weitere Folgen zukommen, wo man so ein bisschen die Grundlagen lernt, wo man die Besonderheiten lernt, wenn man irgendwas Besonderes macht. Und wenn man das dann drauf hat, dann sieht man anhand der Fotos, was eingestellt wurde. Also da siegt dann auch so ein bisschen die Faulheit. Aber wie gesagt, das Ganze ist mit Begründung. Ja, ich wollte das Video einfach mal machen, weil wie gesagt, ich hatte mehrfach die Frage dazu. Wollte das in dem Format jetzt mal beantworten. Das ist ein kurzes Video geworden. Und ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.